Irgendwie vermisse ich den Schmärsch. Ja, ich auch. Wache doch immer da. Ja. Ich denke, er wird schon seinen Grund schon haben. Wenn ich fragen würde einfach mal. Ah, er wird schon wieder kommen. Hoffe ich doch. Na klar. Tinkerzeugteile sind klasse, die schaffen es abzubauen. Ich müsste ja eigentlich wieder genug Bruchsteine haben. Genau. Jetzt kann ich wieder rausgehen und weiter wollen. Wahrscheinlich jetzt wieder Nacht, ne? Oder? Weiß es nicht. Ich bin gerade in der Küche. Okay. Ja. Ja, hier ist noch hell. Ja, er spornt aber schon wieder der erste Störenfried. Ich muss ihn mal kurz beseitigen. Sehr gut. Er ist beseitigt. So, 12 waren die weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. So, innen drinne können wir irgendwie den anderen Gelunze reinpacken. Jetzt Nacht wird Kai-Milcher wieder hochbauen, ne? Bin ich dann sicher, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ich würde ja gerne noch ein Dörfchen hinbauen. Schön machen mit einer Mauer drumherum, weißt du? Ja, das können wir ja im nächsten Stream wieder machen. Müsst du ja überlegen, wo weit ich jetzt das mit dem Wasser hier noch baue, wo weit das werden soll. Ja. Die Ruine hier. Was brauchen wir denn für das Dörfchen dann wieder? Oh ja. Wirst du damit heute schon anfangen, oder? Nein, heute noch nicht, nein. Ja, mache ich auf jeden Fall schön mit, ne? Das ist klar. Genau, da komme ich schon bis dahin, das ist sehr gut. Jetzt haben wir hier die Höhe auch schon mal wieder, das klappt ja wunderbar. So. So. Jetzt müssen wir wieder eine neue Mauer. Guck, 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 guck. Guck mal 40 Stück davon, ist egal, haben wir. Was wir haben, haben wir. So, weiter geht's. Na, echt, ist halt nicht schon wieder draußen. Nein, raus, rein, raus, rein, raus. Toll. Super. Du kochst also zu Hause, ja? Ja, Moment nicht, ich hab nur ein bisschen vorbereitet fürs Zaubern mal. Was fürs Zaubern? Ja, mit Litzern der Melode brauchte ich, goldene Karotten brauchte ich. Alles so, wie es ein Vorrat hat, weißt du? Mhm. Muss gleich nochmal mich auf die Strümpfe machen. Auf die Ungewaschenen meinst du, ne? Makropolis müsste ich auch noch machen. Komm, wir werden ja mal hingehen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Türme ich jetzt hier nochmal baue. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und jetzt eigentlich sage ich, ob ich das hier noch bauen soll. Das ist Vollmond, das ist gut. Ich glaube, eins mache ich noch und dann ist es kaputt. Was meinst du? Ja. Dann fällt das da irgendwo hinten runter. Und der Rest von denen ist dann Vergangenheit. Was meinst du? Ist das gut? Ja. Doch ein doofes Geschleiche hier. Was hast du denn schon wieder? Was magst du jetzt am Geschleiche nicht? Nein. Was nein? Widerlich ist es so gut. Du magst Schleicher. Dann gehen wir mal zurück. Oh Gott, das ist schon weit gebaut hier. Ich will den Wasserfall irgendwann hinkriegen. Siehst du mich hier? Ich laufe gerade Richtung Berg. Ich komme ja gleich runter. Oh, hier kommt schon wieder jemand. 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 Beseitigt. Ich habe das Gefühl, je mehr Monster man platt machen, so mehr werden sie es hier irgendwie. Kann das sein? Kann passieren, ja. Hier sind auch schon wieder welche. Was ich das immer so bumm machen muss. Ist fürchterlich. Beseitigt. Ich helfe ein bisschen. Beseitigt. Auch beseitigt. Schalalalala. Komm mal hier. Auch weg. Ich denke eine Stütze noch und dann ist die Ende. Dann stürzt es irgendwo hier runter. Ja. Dann können wir gucken, ob er hier was... Du wirst mal einen Zombie-Villager schon mal erfährt. Ja. Beseitigt. Beseitigt. Ich hatte ja gesagt, zwölf waren die weg, ne? Es ist wieder Tag, Gott sei Dank. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ja. 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 beseitigt so 12 hat sich gesagt so passiert ist er auch weg und sie können nicht zünden er mag das jedenfalls nicht ich finde es witzig ein krieger mit schneewelbewerb da ist er weg da habe ich so viel geärgert ich bin aber auch ein böser böser junge so innen drin können wir auch was wieder rein machen was man eh nicht braucht das mag ich viel Kalk so dann kann man hier wieder hoch bauen den Coolman sieht man ja gar nicht mehr wird ja letzt geschrieben dass er keine Ideen mehr hat ich weiß nicht ich habe genug Ideen so ich muss man hier wieder hochbauen Okay. Jetzt ist der Oberhof wieder duckt eine Spinne, ich fasse es ja nicht. Ich schieße hier auf meinen Arsch. Jetzt geht es nicht weg dafür, wie viel. Komm Dreh dich. Erwischt. Ich hab sie erwischt. Ich hab sie platt gemacht, das blöde Vieh. Seid dich. Genau. Schalalalala. Wenn ich hier runterfalle, kommt keiner mehr zu Besuch. Irgendwo noch weiter der Steinsockel. Irgendwo ist dann hier zu Ende kaputt gegangen. Mhm. So, hier ist dann vorbei. Nur noch bisschen was mit dem Wasser ranmachen. Gott. Ich hab das schon mal geschafft wieder. Sollen wir mal nicht in den Verkehr. Mhm. 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 Das heißt, ich müsste dann irgendwo da wieder hochkrabbeln. Ähm. 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 Ich muss hier schon mal ein bisschen ins Wasser fließen. Ich hole jetzt noch mal ein bisschen Wasser. Wer sollte hier mehr Wasser einmal nehmen? Ach so geht's auch. Das dauert noch ein bisschen länger. Ja. Obwohl meine Herd da sind, geht's dann vielleicht besser. So. Ciao. Schalalala. Jetzt fühlen wir's wieder mit Wasser. Mit Leben. Ne? Ja. Ja, mach mal. Ja. Mach mal. Schoki? Was machst du? Was machst du? Ich hol mir schon mal ein bisschen marottetes Fleisch. Wenn wir nachher da zum Abfuhrpolis gehen. Okay. Lade ich mir heute noch hin? Ja. Oder wolltest du heute noch hin? Doch. Ich bin schon noch früh am Tag. Und bleib dabei hier das Wasser aufzufüllen. Das hier schön lang fließt, weißt du. Da will ich mir keinen Feiltritt erlangen, weil sonst falle ich hier runter und dann war's das. Ich bin noch nicht am Ende angelangt, aber bald. Bald fließt das Wasser da runter und fließt da runter. Ich hoffe, das sieht nachher auch so schön aus, wie ich mir das so vorgestellt habe, weiß ne? Denk ich nicht. Ich bin bald am Ende. Ja, ist das schön. Ich bin bald. Ich bin bald noch Danke. Ich bin bald, sch Eycknerin. Ich bin bald wieder. Ich hab dich nicht aufgedrehen. Ich bin bald ein paar Wart beginnungen. Ich bin bald wieder raus. Ich bin bald. Ich bin bald... Oder? Ich bin bald immer auf der Welt. Für mich. Das war's. Jörg, hieß es jetzt heute das Wasser. Jörg, hieß es heute das Wasser. Ich geh noch mal auf die Suche nach dem Moostenbruch. Mach das. Ich geh noch mal auf die Suche nach dem Moostenbruch. Ich geh noch mal auf die Suche nach dem Moostenbruch. Nächstes Mal bauen wir da ein schönes Dörfchen, ne Schatz? Hm. So, ich mach ihn noch mal auf die Socken wegen dem Moostenbruch. Und dort oben fließt das Wasser raus. Sieht doch cool aus. Das ist doch schön, wenn dein Wässerchen fließt. Wie sieht das jetzt hier unten aus? Sollten Wasser einmal wieder auffüllen vielleicht, zur Sicherheit. Könnte vielleicht ganz gut sein. Brauchen wir noch Schneebälle? Ähm, Moment erstmal noch nicht. Dann schmeiß ich sie hier weg. Dann gucken wir, was hier mit dem Wasserfall ausschaut. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ach, hier müssen wir die ein bisschen weiter bauen. Das sind ja nicht ganz so fertig hier. Warte, was stürzt doch hier schön runter. Ganze Wasser. Das ist ein schönes Pässerchen nach unten. Ich bin bemost. Genau. Haben wir auch. Ich bin sehr... ... ... so kann man so schlecht aus und ein schneeblock aber auch gesetzten schneeblock gut das ist doch klasse ja sieht so nicht schlecht aus hat was stört das wasser runter ist nicht kaputt da wird schon wieder nacht gehe ich war ganz schlecht lieber wieder rein weißt du na komm her wenn du eine fresse haben willst komm her hier so beseitigt doch jemand ohne fahrschein ok muss man ja mal fragen ich hab ein dach ich bin ja der neue ich mach ihn nur kurz mal sauber ne bin dann gleich wieder weg so das ist doch egal doch ich bin neuer ich begrüße hier auf unserer holzsteinischen anlage tun nichts gut und taugen nichts werden beseitigt ich sollte mit dem schmerz hauen nicht vom hamburger hauen aua jetzt soll ich jetzt mal was essen aber ich bin weg das wird auch gut hier das wird auch gut hier auch erledigt willst du nur ob ich was hier bauen in Ruhe? diese Pistenelgen kommen an uns vorbei und stören einen dabei wer sind sie hier? hier ist ein räumkommando ich bin immer der letzte und ich mache hier immer sauber das ist so das ist so das ist so das ist so